Was geht, liebe Freunde? Wir spielen heute mal den Solo-Power-Cup hier. Hier stehen 2 und 3 Späte. Und? Ja, egal. Es wird einfach heftig. Ich hab ja letztes Mal beim Solo-Power-Cup hier, bitte. Wo sieht man das? Hä? Irgendwo hab ich mal 18 Punkte gemacht. Ich glaub, das war das hier. Ich hab mal 18 Punkte gemacht. Ich glaub, das war so heiß. Und dann konnte ich nicht mehr, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber das geht jetzt bis 21 Uhr. Und ich zog sowieso nicht mehr so lange. Aber mhm. Halt. Ein bisschen. So. Das läuft super. Okay, wie geh mir denn am besten hin? Paradise. Komm. Ja, was mach ich denn? Komm, ich will ein paar Punkte kriegen, Digga. Das geht so easy, Punkte zu kriegen. So. 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 We einf сказ. So. 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 Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alter! Ich dachte, er wäre nämlich schon da gewesen. Ich dachte, er wäre nämlich schon da gewesen. Guck, guck Digga, ich höre die immer hinter mir, obwohl die dann vor mir sind Digga. Das ist jetzt richtig, ich muss kurz den Stream ausmachen.